Hallo ihr Lieben, willkommen zum kreativen Mittwoch. Heute möchte ich mit euch eine Zielkarte basteln. Da habe ich hier diese zwei schönen Karten schon fertig. Zielkarte deshalb, weil, ihr ahnt es, man zieht. Jetzt haben wir hier dieses Zugmechanismus. Ein und raus. Diese Karte ist genauso gearbeitet, auch mit rein und raus. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes nehme ich mein Skorpoll. Ich habe das A5 Papier zurecht geschnitten. Da mache ich jetzt hier bei 20 cm eine Falze rein. Und bei C. jetzt nehme ich das doppelseitige Klebeband. Klebe es hier auf diese Lasche und hier unten eine rein. So, jetzt habe ich schon Kartenrohling. Das lege ich jetzt mal zur Seite. Jetzt habe ich hier dieses wunderschöne Vintage Papier. Da brauche ich auch nur ein kleines Stück, 8 cm breit. Jetzt zurecht geschnitten, sodass es auf diese Karte passt. Jetzt nehme ich wieder doppelseitiges Klebeband und klebe das oben auf meine Karte. Hier hinten ist hier die Karte. Das heißt, ich habe vorne und hinten 1 cm frei. So, jetzt habe ich schon die Karte vorgearbeitet. Als nächstes nehme ich von Haider das Wortschäftepapier, das ist so ein Transparentpapier, welches schon in Streifen geschnitten ist. Und dann nehme ich die Karte. Das ist jetzt das Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Das kürze ich jetzt ungefähr 1 cm. Jetzt lege ich hier wieder die Karte auf und klebe das in die Mitte. Das heißt, 1,5 cm der Rand, rechts und links, möchte ich lassen. Dann kommen wir bei den Karte aus der Karte am besten. Jetzt sähe ich etwas darauf, das die Karte am besten. Jetzt kommt da zu der Karte ab und klebe die Karte am besten. Jetzt kommt da zu der Karte am besten. Jetzt kommt da oben auf die Karte auf der Karte auf die Karte an. Und klebe es hier auch noch mal rechts und links auf, aber nur ganz locker, damit es so ein bisschen schwebt. Wie ihr seht, hier ist das so locker, da ist es fest, nämlich eine Einlochpfange. Dadurch, dass ich jetzt hier schon so viel Papier aufgeklebt habe, wird das natürlich ein bisschen dick werden, da werde ich uns da mal durchschneiden müssen. Oder ich hätte halt das Transparentpapier nach dem Lochen aufgeklebt. Hier nehme ich jetzt die Hälfte, das sind dann fünf. Dann mache ich eine Markierung mit einem Stift. Und da loche ich jetzt hin. Jetzt nehme ich eine alte Zeitung als Unterlage. Und nehme mit einem Schwämmchen und gestalte den Rand. Das soll ja so einen Juiced-Look bekommen. Die Rückseite natürlich auch. So, wenn man möchte, kann man jetzt noch hier ein bisschen Stempelfarbe verteilen. Jetzt habe ich hier noch meine Schmetterlinge. Jetzt lege ich jetzt noch drei Stück auf. Das lege ich jetzt erstmal zur Seite. Dann habe ich mir wieder mit Fotokarton ein Stück Papier geschnitten. Und zwar ist das ca. 7 cm x 13,5 cm. Auch hier gestalte ich den Rand. Vorher loche ich aber in der Mitte. Ein kleiner Kerl rein. Und dann gebe ich die Karte mit zwei Stück. So, das muss jetzt trocknen. In der Zeit habe ich jetzt schon mal ein Stück Papier zurecht geschnitten, ein bisschen beschritten, ich sehe das hinterher sein, das ist jetzt in 6,5 x 12 cm, da habe ich auch wieder doppelseitende Klebeband, klebe das auch, ich habe schon mal mein Kärtchen beschreiben. So, jetzt brauche ich ein Band, ca. 44 cm, das ziehe ich hier durch. Jetzt nehme ich die Karte und stecke diese hier rein. Ich kann also eine Probeziehung machen und da genau mache ich jetzt einen Knoten hin. Kann natürlich auch ein Schleifchen machen, jeder, wie er möchte. Man könnte das jetzt so lassen, was natürlich sehr schön aussehe, wenn ihr jetzt hier seht. Da habe ich das jetzt schön das Schleifchen und kann jetzt hier auch hinzu und kann da meine Botschaft reinschreiben. mir persönlich reicht das aber nicht. Ich mache immer hier noch ein locker, äh, mit einem Tacker, Entschuldigung, mit einem Tacker, zacker ich immer hier noch oben, fixiere ich das Band ein bisschen. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn man die Karte verschenkt und die Person, die das kriegt, die kann mit dieser Karte nichts anfangen, die weiß nicht, wie der Mechanismus ist, die würde dann die Schleife aufmachen, weil sie denkt, das ist eine Schleife, ne? Seht ihr? Man denkt jetzt hier, das ist ein Geschenk, ich mache das auch, aber man muss ja ziehen. So, dadurch, dass hier jetzt das fixiert ist mit dem Tacker, fällt das Auge natürlich auf den Tacker und man sieht, aha, das ist festgemacht, das Band, ich muss es also nicht aufmachen. Anstelle dessen ziehen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, eure Tanja. Äh Lass uns�러uf Ähm Dankeschön Tёр Button T. Klang Is Untertitelung des ZDF, 2020